Ich bin Ronald Hau von der Firma HauDesign, habe seit über 20 Jahren Erfahrung mit Sonnenschutzfolien, arbeite seit 10 Jahren mit SolarScreen zusammen, bin sehr zufrieden. SolarScreen bringt Ihnen die neue Black Plus Serie mit den jüngsten technischen Verbesserungen im Bereich Autotönung. Diese Serie besitzt einen semi-permanenten Kleber für einen leichten Ausbau oder Austausch mit minimalem Aufwand und geringeren Kosten. Mit einer schwarzen Optik ohne Reflexion und einer flexiblen PET-Zusammensetzung bietet diese Serie eine ultraschnelle Anpassung und Montage an jedem Fahrzeug. Bevor ich anfange die Autoscheiben zu tönen, ist die Grundbedingung ein perfekt sauberes Auto und sehr gut gereinigte Scheiben. Der erste Schritt beim Scheibentönen ist, die Folie von außen aufzulegen, mit dem Föhn vorzuschrumpfen und dann zuzuschneiden. Beim nächsten Schritt reinige ich die Autoscheibe und baue die Folie von innen ein. Zum Schluss erwärme ich die Scheibe von außen, um ein perfektes Endergebnis zu erweitern. Die Black Plus Serie ist erhältlich in sechs Farbtönen, vier Breiten und zehn Jahren Garantie. Zögern Sie nicht und bestellen Ihre Folien bei Solar Screen. Alle Folien haben ABGs für Deutschland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017